So, ich wusste es. Ich habe irgendwie falsch angefangen. Egal, sollte passen. Ja, jetzt ist der Ton da und die Aufnahme. Okay, so. Wir sind immer noch dabei, volle Kanne zu verkacken. Leider. Das schaut böse aus. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Zeit ist knapp. Ja, die Schilder sind halt unten gewesen. Alle Geschütze bereit. Nicht so viel. Da können wir tatsächlich nochmal rüberspringen und unser Glück versuchen. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. So. Das ist halt schon teuer. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Nochmal schauen. Ich glaube nicht, dass... Ah, das ist gefährlich. Zeit ist knapp. Nur schnell! Ich glaube halt nicht, dass ich jetzt rüberspringen sollte. Ist die Wirtkorr jetzt? Okay. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Bauwerk komplett. So. Kann ich die Corvette irgendwie noch boosten? Dass die was bekommt. Aufklärer-Fregatte. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Reparaturwerf. Prototyp. Mhm. Naja. Keiner erledigt den Job so gut wie ich. Leichte Kobalt-Fregatten. Was sind die da? Naja. Forschung abgeschlossen. Das ist Novalid. Das wäre halt richtig nice. Was macht das denn? Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Erhöht den Schaden und fügt mir Schraus. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Verbündete Truppen werden angegriffen. Gut. Ich kann eigentlich jetzt den Titan tacken, ne? Mal schauen. Bin mir noch nicht so sicher. So. Wir greifen da scheinbar an. Ich bin ein bisschen spät zur Party. Aber. Diese Raketen feuern sich nicht selbst ab. Werden wir schon sehen. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. So. Das gehört noch mir. Die Extraktoren. Ich sollte auch hier noch ein bisschen was forschen. Habe ich das Gefühl. Und weg sind wir. Maximale Bevölkerung. Auf diesem Planeten. Alle Geschütze bereit. Ich habe ja bloß einen. Lohnt sich das? So das Geld für 8% auszugeben? Gefühlt würde ich sagen, ne. Mache ich lieber hier so. Habe ich mehr von. Keiner erledigt den Job so gut wie ich. Na. So. Hier wird gekämpft. Und da muss ich mit. Und ich muss mich beeilen. Beeilt euch. Plötzlich heftig geile Musik. Und weg ist er wieder. Planeta forschen. Das könnte ich auch mal machen. Aber ich hole mir erst diese Bohnen. Forschung abgeschlossen. Okay. Planet erforschen. Das könnte sich lohnen. Manchmal findet man ja nette Dinge, ne. Manchmal. Ja, weiß schon. Komm schon, springt's endlich. Ja, jetzt. Ja, ja, ja. Orange ist böse, oder? Oh Gott. Vielleicht hätte ich bleiben sollen. Obwohl, das kann der Planet schon aushalten. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Lieber hier gewinnen. Wer wird zerstört werden? Böchte Zeit. Bestätigt. Wo ist denn der Gegner? Der Mangel an Verpflichtung wird bestraft werden. Das wird ziemlich egal. Böchte Zeit. Aufgepasst. Aufgepasst. Bestätigt. Wieso kann ich das denn nicht angreifen? Ja, haut's das Schiff kaputt. Das böse, böse Schiff. Nichts wertvolles wurde gefunden. Die sind so gut wie erledigt. Obwohl, vielleicht sollte ich erst die kleinen Schiffe zerstören. Ich glaub, das geht besser. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Haut's ihr mal bitte wieder ab. Wo ist das Ziel? Okay. Ja, die ziehen sich zurück. Erledigen Sie das schnell, falls Sie das Wohlwollen der Unity gewinnen möchten. Oh, was wollen die denn machen? Forschung abgeschlossen. Zerstören Sie zivile Struktur vom Orangenen. Wie soll ich denn da hinkommen? Hallo? Der Angriff auf das Empire ist noch profitabler geworden. Ihr habt sehr lustige Ideen. Der muss gedefft werden. Und der muss dringend gedefft werden. Hoffentlich zieht der sich auch zurück. Phasensprung abgeschlossen. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Ja, verteidige dich lieber. Ich weiß, ich hab gesagt, ich sollte ihm keine Befehle geben. Aber wenn wir da zu zweit rüber gehen, ist das besser. Vor allem, weil der hier jetzt alles wegnimmt. Das ist der Orangene, der liegt. Schaut es euch das mal an. Da kommen noch mehr Verstärkungen. Der hat schon einiges da. Wo ist das Ziel? Nichts wertvolles wurde gefunden. Schade. Hätte aber sein können. Man weiß es ja vorher nicht. Das ist immer die Sache. Das ist wie so ein Überraschungsei. Manchmal ist was Gutes drin. Wir raten sind unterwegs. Meistens nicht, aber manchmal schon. Zeit ist knapp. So, angreifen. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Los jetzt. Hau es weg. Geben Sie mir doch mal was zu tun. Und die ist gut gegen, weiß ich nicht. Müssen wir sie nicht. Alle Geschütze bereit. Die sind so gut wie erledigt. Bestätigt. Aufgepackt. Die sind so gut wie erledigt. Ich würde gerne das ganze Zeug hier zerstören. Die Schiffe, die hinten stehen, sind nämlich immer die Bosen. Und dann das ganz große. Und dann das kleine. Das ist jetzt mein Plan. Ob der aufgehen wird, wird man sehen. Zumindest bekommen wir noch ein paar Verstärkungen dazu. Und das ist dann wieder gut. So. Ich brauche Geld. Gib mir Geld. Geld, Geld, Geld. Getötete Bevölkerung. 5%? What the f... Okay, aha, interessant. Wir töten jetzt einfach random Bevölkerung. So, wir gehen jetzt da hoch. Ah. Ob wir das schaffen? Sollte ich vielleicht doch das große Schiff fokussieren? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Nee, ich gehe auf die kleinen Flücher. Ich habe viele Raketenfregatten. Und die machen Flächenschaden. Dafür sind die da. Na gut, komm. Schauen wir mal, wie viel Schaden wir da machen. Mit all den Raketenfregatten hier. Oh ja. Komm schon. Zeig mir den Schaden. Okay, das Schiff geht kaputt. Das ist gut. Ich glaube, das können wir gewinnen. Wo ist das Ziel? Vielleicht. Moment, ich wollte ja forschen. Ah, halt. Richtig schön, Macron. Sie wählen aus. Ich mache den Rest. Wie Sie wünschen. Okay, hier hat es nicht viel. Feuer bereit. Lieber die Verstärkung rüberbringen. Diese Raketen feuern sich nicht selbst ab. Keiner erledigt den Job so gut wie ich. Wie schaut das aus? Schaffen wir das Schiff? Hallo. Bitte greift er an. Hau nicht ab jetzt. Wir gewinnen das. Hoffe ich. Ja, da braucht man nämlich nicht hängen. Schaut sich das an. Und der Gelbe, der hat nichts. Der wird hier vom Piraten zerbumsen. Das war's. Das sieht nach einer Niederlage aus. Und ich weiß halt leider immer noch nicht, was ich dagegen tun soll. Aber es sieht okay aus, würde ich sagen. Wir haben jetzt ein Schiff haben wir zerstört. Die Schlacht gewinnen wir. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht. Ich muss halt irgendwie auf den blöden Titanen kommen. Der ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Sie wählen aus. Ich mach den Rest. Wohin, Commander? Das ist wirklich wichtig. Diese Raketen feuern sich nicht selbst ab. Keiner erledigt den Job so wie ich. Hier, schaut euch das mal an. Hier, 15, 14. Puh. Und wahrscheinlich auch sehr gut getaggt. Ich bin ja hier auf Low-Tag, ne? Das ist nicht so gut. Erledigen Sie das schnell, falls Sie das Wohlwollen der Unity gewinnen müssen. Das Wohlwollen der Unity ist mir gerade vollkommen egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Wichtig ist, dass wir hier diese Schlachten gewinnen. Alle Geschütze bereit. Sie wählen aus. Ich mach den Rest. So, nächstes Titanen-Dingsbombs. Es ist sau teuer. Ich glaube, ich werde auch lange brauchen, bis ich da rauf... Und der darf mir niemals sterben. Reichweite erfasst. Erwarte Befehle. Aber es ist machbar. Theoretisch ist es machbar. Aufladung nicht vollständig. Alliierte Verstärkung ist eingetroffen. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Wohin, Commander? Jawohl, Commander. Vielleicht park ich den doch eher da. Übermittlung empfangen. Weil sie noch nicht genau, keine Ahnung. Weiß ich noch. Diese Raketen feuern sich nicht selbst ab. Naja, das wäre wunderschön, wenn sie das tun würden. Titanengießerei. Die ist teuer. Ich brauche Metall. Fahren Sie fort. Wo ist das Ziel? Klingt gut. Fahren Sie fort. Metall ist da oben. So. Ich krieg so wenig Metall. Na, sieht nicht so super aus. Feuerbereit. Verstanden. So. Was haben wir jetzt hier zusammen? Wer vernehmt unserer Alliierten steht unter Belagerung. 6, 4, 17, Javelin und eine Stilett. So dann. 1, 1. Alle Geschütze bereit. Ich hätte mega Lust. Wirklich große Lust. Diesen Kreuzer-Typ zur Erforschung zu bauen. Aber. Wenn ich mir das hier so anschaue. Dann kostet. Ah, das geht. Der ist gar nicht so teuer. Ja, aber die Schilde und die Hülle sind ziemlich low. Muss ich gestehen. Da ist der schon besser. Der Träger. Der hat mehr Hülle. Erforschung abgeschlossen. Panzerlohn ist anders. Dafür ist der Schaden halt mega gering. Unsere Flotte wird angegriffen. Naja. Weiß nicht. Oder ich gehe auf den Titan. Ich rushe jetzt eiskalt den Titan. Ich gehe jetzt auf den Titan. Ich versuche mit meiner Flotte, die langsam aufzubauen, durchzukommen und gut ist und den Rest muss man sehen. Das werde ich nicht schaffen. Es wäre cool, es wäre eine Menge Geld, aber wie soll ich zum Orangen kommen und fünf zivile Strukturen zerstören? Und vor allem, vor allem halt noch in drei Minuten. Ich müsste halt hier irgendwo reinraschen und das funktioniert nicht. Selbst wenn der hier bloß da ist, das ist, das ist, das ist, sollte ich nicht tun. Ist schade ums Geld. Aber es hilft nichts. Es hilft nichts. Das, das Geld, es wäre nice gewesen, aber ich glaube nicht, ich, wie, wie soll ich das hinkriegen? Na, ich könnte das Geld echt brauchen, aber es, es geht nicht. Es geht nicht. Keine Chance. So, baue ich die Titanen, werft jetzt hier hin? Da ist sie mehr, ne? Macht fast mehr Sinn. Verbündete Truppen werden angegriffen. Kann ich die um Geld an... 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 Ne, kann ich nicht. Ich brauche mehr Forschung. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Ich bräuchte mehr Forschung. Das ist ja bei Diplomatie. Wo wären das? Beziehungsstatus, Beziehungsstatus. Naja. Das wäre gut, aber das ist mir zu teuer. Das kann ich jetzt nicht machen. Keine taktischen Plätze. Wie schaut das hier aus? Ja, dann bauen wir es da unten hin. Ist mir dann auch egal. Hier, bam. So, und auf den muss ich jetzt sparen. Ich brauche zwei Kommandopunkte, die muss ich noch erforschen. 150 Versorgungen muss ich auch noch erforschen. Ja, ist doch teuer, ne? Ist halt teuer. Jetzt gehen wir da rüber. Wo ist der denn? Drei gibt's nicht mehr. Einen habe ich verloren. Okay. Jawohl, Commander. Ja, der nimmt mir nämlich die Asteroiden wieder weg. Das ist das Problem. Oh, ich könnte dieses Ding bauen. Aber es ist zu teuer. Ich kann es mir nicht leisten. Es geht einfach nicht. Und der Titan lohnt sich mehr als die, als die, als die, als die Sternenbasis. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sie ist nice, keine Frage. Sie ist super tanky. Vor allem die, der Tags. Ich weiß nicht, wie es bei den Tags-Rebellen ist, aber die, der Tags ist richtig nice. Aber den Rest... Baue ich nicht jetzt hier langsam das Titanenbasis? Verbündete Truppen werden angegriffen. Kann ich bei Angriff hier irgendwie, ja, forschen. Ich sollte jetzt... Eigentlich sollte ich jetzt gar nichts machen, ne? Eigentlich sollte ich jetzt hier einfach nur warten, dass ich den Titanen mir holen kann. Denen, die in die Dings einpflegen und den dann langsam irgendwie leveln, wie gut ist. Ich weiß halt, auf Schufe 1 wird das gegen so eine Armee nicht machen können, ne? Aber das sind immer so Kleinarmee-Dings. Der Gelbe wird angegriffen. Der macht... Wo? Fahren Sie fort! Wo? Hä? Unsere Verstärkung greift die Schlacht ein. Also, ne, das... Das bin ich nicht... Erwarte Befehle. Unsere Geduld mit solchen Fehlschlägen schwindet. Ja, ich kann nix... Was, was... Pfff... Die KI ist total dämlich. Die denkt, dass ich da beim Orangen einfach mal so reinrenne. Der Schreiber meldet sich bereit. Der vergisst das. Keine Chance. Wohin, Commander? Das ist halt totaler Schwachsinn. Läuft! Geht halt nicht. Jawohl, Commander. Diese Raketen feuern sich nicht selbst ab. So, Titan. Kostet nicht. Das Ding ist, ich warte noch. Wenn ich nämlich jetzt schon forsche, dass das Zeug... Greifen Sie den Kerl an, wenn er das antut. Wollen Sie. Rakon? Wer ist Rakon? Erben. Ja, aber wo tut er dir was an? Ja, oh, seht's er? Das kann man nicht. Das stirbt alles. Ich hoffe, die sind nicht so blöd und bleiben da. Ich hoffe, die sind klug genug und hauen ab. Zeit ist knapp. Geschwaderführer hier. Ich hoffe es wirklich. Ich hoffe es sehr. Die Schlacht können sie nicht gewinnen. Erledigen Sie das schnell, falls Sie das Wohlwollen der Unity gewinnen möchten. Die sollten unbedingt abhauen. Das sind 15, 15, 8 und da ist ja... Ist ja nix. Ne, da stirbt alles. Sorry. Ganz schlechter Fight. Ihr müssen... Ich setze wirklich alle Hoffnung auf meinen Titanen. Wenn ich ihn dann rausbekomme irgendwie. Das ist die ganz große Frage, aber das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Na gut, wenn sie hier was weg sprengen können, ist mir das auch nicht. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. So, der ist fast tot. Das ist fast tot. Hat der irgendwelche Defense? Eine verbündete Flotte ist angetroffen. Ne, das ist eine Sternenbasis. Leider nur eine Sternenbasis. Titanengießerei. Okay, er hat auch eine Titanengießerei. Wir kommen langsam der Sache näher. Hat der eine Titanengießerei hier? Äh, hier? Ne, hätte mich auch gewundert. Hier? Der Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. Hoffentlich nicht auf uns. Der Angriff auf das Empire ist noch profitabler geworden. So, was kann ich denn schon mal forschen? Äh, Flotten logistisch. Genau, das und das. Erstmal einen forschen und dann abwarten. Eine verbündete Flotte ist eingetroffen. Oh, das ist schon ziemlich heftig. Aber es wird hoffentlich. Heyo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumenrauf-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.